Hallo, hallo ihr Lieben. Ihr seht, ich bin heute nicht alleine. Ihr kennt ihn bestimmt alle. Der liebe Alex ASMR ist heute zu Besuch. Hey zusammen, was geht? Wir haben natürlich einen Corona-Test gemacht, also keine Sorge, alles gut. Und wir machen heute ein Guess-the-Sound-Video. Genau, also ich glaube es ist ganz gut, dass wir hier ohne Maske stehen, weil bei uns kann man mittlerweile Corona-Tests machen für kostenlos, also für kostenlos, genau. Man kann kostenlose Corona-Tests machen ohne Anmeldung und sowas, also bei uns ist es mittlerweile möglich. Ich weiß nicht, wie das in den anderen Bundesländern ist und deswegen haben wir uns kurzhand erschlossen, einen Test zu machen und dass wir hier ohne Masken stehen können. Genau, willst du erklären, was wir machen oder soll ich erklären? Du darfst gerne erklären. Okay, also wir drehen heute ein Guess-the-Sound-Video. Jeder von uns hat sich fünf Trigger rausgesucht, fünf Gegenstände. Wir haben sie uns kurz, also sie weiß so ein bisschen was ich habe, aber hat es wahrscheinlich auch schon wieder vergessen, weil ich nochmal durchgewechselt habe. Also im Groben und Ganzen wissen wir nicht wirklich, was der andere hat. Und ja, ich werde jetzt der Erste sein, der seine fünf Trigger durchmacht und sie darf erraten mit den Kopfhörern auf und einer Mütze über den Augen. Ich bin da richtig gut dran. Das wird lustig, Leute. Also auf jeden Fall dranbleiben. Wir haben auch noch ein Video für meinen Kanal gedreht. Ihr könnt auch gerne vorbeischauen. Unbedingt. Aber ihr müsst nicht. Doch. Okay, die Chefin sagt ja. Sehr gut, dann fangen wir an mit sie auf. Wir haben ja den ersten Gegenstand. Mal schauen, ob sie es errät. Sobald du es weißt, kannst du sie einfach sagen. Also die Oberfläche ist hart, das höre ich schon mal. Also, das hört sich nach Verpackung an auf jeden Fall. Wahrscheinlich die Blue and Lady Verpackung. Ja, richtig. Okay. Ich mache noch kurz ein bisschen Sounds. Ja, gut. Hört sich gut an. Ich finde, immer mit Kopfhörern hört man es immer noch krasser, wenn er die Trigger macht. Also Leute, Kopfhörer tragen, dann habt ihr den besten Effekt. Ich schlafe gleich im Stehlein. Tut leid. Okay, dann machen wir mal lieber weiter, bevor du einschläfst. So, also ich habe jetzt hier den nächsten Gegenstand. Ich zeige ihn mal kurz in die Kamera. Ja, sieht man hoffentlich. Das wirst du auch sehr schnell erraten. Ja, sehen wir mal. Okay. Ich glaube, es gab nur einen Gegenstand, der sowas kann. Ja, das ist mein cooles Öl. Ja. Das hört sich immer voll gut an. Ich denke mal, das ist Öl, ja. Die Duftstube. Ja. Das wird schon Öl sein. Ja, ich glaube, das hört sich wirklich gut an. Ja, voll. Das ist echt cool. Ja. Nicht einschlafen. Schwierig. Das würde ich einfach noch vorne kippen, bis dir was passiert ist. Ja, schon lustig. Ja. Das kommt dann in ein Blue Pass Video. Oder in deine. Ja, oder so. In beiden? Ja. So. Gut, also Nummer 2 hast du ja auch schon sehr gut erraten. Dann würde ich sagen, machen wir gleich mal weiter, ab jetzt wirds schwieriger. Aber mit dem Gegenstand kann ich wahrscheinlich ein Geräusch machen und weißt sofort, was es ist. Und zwar... Ich weiß das nicht. Ich zeig's mal kurz in der Kamera, was so ein Geräusch macht. Ich kann's, wenn sie es erraten, gleich nochmal erklären. Oh Gott. Ich dachte erstens, es ist Feuer. Aber das kann's nicht sein. Ich hab Angst, dass ich's kaputt mache. Ach, die Gegenstände, die sind weg. Ich könnte jetzt was sagen, dann weißt du's sowieso sofort. Ja. Hast du schon eine Idee? Ich weiß es nicht. Oder ist es dieses Ding, dieses Tot-Ding? Nein. Keine Ahnung. Ich sag doch, ich bin da echt schlecht drin. Das fühlt sich gut an. Denk mal an deine Triggerbox, die du da stehen hattest. Ja. Das... Das... Ich könnte jetzt sagen, ich hab Angst, dass ich's kaputt mache, wenn ich da drauf drücke. Aber ist das ja eigentlich schon kaputt. Mein Handy? Ja. Oh Gott. Okay. Also das ist ihr altes Handy, glaube ich. Dein altes Handy wahrscheinlich. Und ich weiß nicht, ob's dann in der Kamera sieht, aber das ist ein komplett gebrochener Bildschirm. Aber kannst du das machen? Äh, nicht Bildschirm, Rückseite. Ja. Und das... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Egal. Kaputt. Da geht's eigentlich eh nicht mehr. Zum Beispiel. Hinten nicht. Handytapping lieben ja auch so viele Leute. Ach, komm mal lang. Ich hab leider keine so krassen Fingernägel heute. Und deswegen kann ich sonst nicht so tolle Tappings machen wie letzte Woche. Egal. Du musst dir mal welche aufkleben. Ich habe überlegt, mein Büroklammern an die Finger zu machen, aber das sollte nicht ganz so gut gehen. So, nachdem du das jetzt auch mit Startschwierigkeiten erraten hast, kommen wir mal zum nächsten Trigger. Ich glaube, den einen von den beiden wirst du easy erraten, beim anderen bin ich mir nicht ganz sicher. Da bin ich jetzt echt gespannt. Ist das auch aus meiner Box oder was? Nein. Oh, ist ja gemein. Aber ich glaube, du weißt, was ich gesagt habe, was ich von mir nehme. Auf die Handyhöhle. Ja, das ist so ein Trigger, den lieben meine Abonnenten sehr sehr. Das hört sich auch super an. Weil es wird in Streams immer Handytapping gewünscht, aber von dem, dass ich mit dem Handy streame, kann ich kein Handytapping machen. Und dann mache ich immer mit der Hölle und das lieben wir auch alle. Ja. Das hört sich nicht gut an. Ja, das hört sich nicht gut an. Gute Nacht. Ich laufe gut. Ja. Also wenn die Zuschauer jetzt noch nicht eingeschlafen sind, dann weiß ich auch nicht, wenn du schon fast im Stehen einschläfst. Ja. Und man kann hier sogar noch das Geräusch auch noch machen. Das ist eine ASMR-Handyhöhle. Perfekt. Man kann hier nur noch was aufklappen bei dir. Nicht schlecht. Okay, und dann kommen wir jetzt zum letzten Gegenstand. Den könntest du wieder ganz gut erraten, aber das ist ja zum Abschluss gar nicht schlecht. Ja, genau. Okay, ich zeig es mal kurz in die Kamera. Sollten einige wissen, was es ist. Ah ja, ich glaube, das ist der Fasziaball. Der macht so gute Geräusche. Dann kannst du die Mütze aber auch schon abmachen und die Konserung, wenn du willst. Also sie hat alle richtig geraten. Das Handy zwar mit ein bisschen Hilfe, aber... Ja. Helge. Hallo. Guten Morgen. Ich finde die Kunst beim ASMR machen ist, dass man die meisten verschiedenen Geräusche aus einem Gegenstand rausholt. Ja. Nicht nur ganz normal. Ja, klar. Also auf Scratching oder Drücken, das geht bei dem jetzt nicht, aber... So Leute, ich habe Angst. Ich glaube, ich bin jetzt dran. Aber die schlafen ja schon alle. Jetzt kommt doch erst das Schlimmste. Ich habe ja gar keine Ahnung, was du genommen hast. Wirklich gar keine Ahnung. So. So. Also der erste Trigger ist sehr, sehr leicht für den Einstieg. Ja. Das ist die Schlauchung, oder? Ja. Weiß nicht, ob man da auch Teppen drücken kann, aber... Ja. Das ist halt mega gut. Aber danach riechen die Hände immer so eklig. Das ist schon komisch, so vermummt da zu stehen mit Kopfhörern, gell? Ja, ein bisschen. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal, dass ich so ein Video mit einem anderen YouTuber drehe. Ja. Mit Marcy auch, gell? Ja, genau. Marcy und Felix. Ja, das ist gut. Aber es ist halt auch das Beste fast, was man das Kollaboration machen kann. Das hört sich geil an. Ja, ich ziehe so zusammen. So, sehr gut. Gut. Oh Gott. Kannst du dir erstmal überlegen, was für ein Material das ist? Holz. Ja. Oder? Ja, ja, ja. Ja, weiß ich, glaube ich, was es ist. Ist das relativ flach? Ja. Ja. Ja, ist der Löffel, oder? Ja, genau. Aber ganz ohne zu wissen, was da drin war in der Kiste wäre es schon... Ja, da wäre echt mit dem draufgegangen. Ja, weil... Ja, Holz. Aber das kann ja alles sein. Ja, nein. Es ist richtig warm, wenn ihr Mütze. Ja, gell? Ja. Ich bin noch mega-rot im Gesicht gerade, glaub ich. Ja, das ist richtig. Ja, ich bin noch mega-rot am Gesicht. Glaub ich. Ich mag das aber auch am liebsten. Also so Flüstervideos, wo einfach ein paar Trigger nebenbei gemacht werden. Ja. Mag ich so am liebsten. Ist das dieses Dutt-Teil nicht gerade? Ne. Ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist in der Kiste. Wahrscheinlich nicht. Weißt du diese Verpackung? Diese Schmerze? Ne. Also irgendein Stoff, oder? Ja, sozusagen. Schwierig. Man benutzt es für das Gesicht. Wahrscheinlich eher als Frau. Ist das so bei der Bett? Ja, genau. Hast du es über das Mikrograd gezogen? Ja. Oh, das Licht hat es sehr viel lauter. Ja, aber mit diesem Wuschel da ist das nicht ganz so laut. Hast du Pop-Shots gerade drauf, oder wie? Ja, den. Haben wir den die ganze Zeit schon drauf? Ja. Ja. Guck mal. Ups. Gut. Nummer 4. Schon? Krass. Ja. Ey, du hast jetzt die Box genommen. Ja. Hast du recht? Ja. Ich hab's auch bald hinzumachen. Ja, das hört sich gut an. Das ist die Box, wo wir eigentlich die Trigger drin hatten. Das war eigentlich meine Idee. Ja. Ja, das ist echt schwierig da, wenn du dann so ruhig stehen musst. Dunkel. Und jetzt noch eine Massage gleichzeitig, dann würde ich echt wegpennen. Ja. Das glaube ich. So. Der letzte Trigger. Der letzte Gegenstand. Ich glaub das ist ziemlich schwierig. Warte mal, ich muss mal... Hört man das? Ja. Ja. Okay, ich wär jetzt eigentlich bei so einem Ü-Ei gewesen, so gelbes, aber... Nee. Das ist wieder untypisch. Ist das die Zahnbürste? Nee. Aber hat das Borsten? Nein, auch keine Borsten. Ich überleg mir grad, was für einen Tipp ich dir geben kann. Ich hab jetzt gedacht, eventuell eine Bürste. Nein. Ich hab mir grad aus Versehen ein paar Haare entfernt. Ist das der Rasierer? Ja. Ich wollte grad schon sagen, bevor du das gesagt hast. Gut. Das war der letzte, oder? Das war der letzte, ja. Auch alle erraten, gewusst, wie auch immer. Oh Gott. Ich bin blind. Oh Gott, da hängen Haare vor dir drin. Oh, die kommen. Die nehm ich jetzt mit nach Hause. Als Andenken. Genau. Warte. So. Ja. Ich hoffe, ihr habt alle fleißig mitgeraten. Ich bin immer noch blind. Ich seh die Linse von irgendwo. Ich seh die Linse vom Handy grad gar nicht. Weil sie liegt so blind in der Nacht, die ich die mit sauf hatte. Ja, das ist schon heftig dann. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch alle richtig. Schreibt in die Kommentare, ob ihr es geschafft hättet oder nicht. Genau. Und dann, ja, war's das für heute. Und schaut unbedingt beim Alex vorbei natürlich. Und dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.